Du warst nicht vorbereitet. Ich habe ja nach wie vor nicht wirklich irgendeinen Gier an. Das ist ja einfach alles nur so grüner Stuff. Beziehungsweise zwei Sachen aus dem Dungeon haben wir ja schon mal. Vielleicht gehen wir heute nochmal einen Dungeon. Themen mehr als genug. Patch 10.1.5 waren paar coole, coole Ankündige, über die wir auf jeden Fall reden werden. Ansonsten schauen wir zuallererst wieder in die Briefe rein. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit gerne einen Charakter auf Rexa oder Aleria stellen und könnt dann einen Brief an Community schicken. Müsst dann einfach nur reinschreiben. Community-Rexa. Dann schauen wir rein, Schmetti wieder mit dem Brief. Schmetti, kostenpflichtige Add-ons. Hello, Florian, findest du Add-ons in WoW, die hinter einem Kauf nur erhältlich sind und einen Großteil der Funktionen nutzen zu können? Achso, ich dachte gerade, du meinst WoW-Erweiterungen. Ich meine damit jetzt spezielle Rested EXP, was eine Level-Guide für Classic ist, wo du aber nur bis Level 25 gratis die Guide nutzen kannst. Aber auch Add-ons für Retail wie TSM, was viele Funktionen auch hinter einem kostenpflichtigen Abo hat. Findest du so etwas okay oder sollten deiner Meinung nach Mods eher gratis sein? Da geht's noch weiter anscheinend. Add-on Mod-Devs können ja beispielsweise, wie es üblich ist, ihre Arbeit mit Spenden weiterhin finanzieren. Würde mich sehr über deine Meinung interessieren, vor allem weil letztens auch die Valheim-Devs einen ziemlich klaren Standpunkt dazu veröffentlicht haben. In den vergangenen Jahren wurde auch der Content-Creator-Shop bei Skyrim hinzugefügt, wo du Mods direkt In-Game kaufen konntest. Liebe Grüße Schmähne, PS gibt ein paar Tipps, was ich für Naxx Classic kaufen kann, welche dann Gigastonks gehen im AHA. Gut, ich meine generell habe ich eigentlich kein Problem damit, wenn man für sein Ding, was man erschaffen hat, dann was verlangt. Das ist immer eine Frage, wenn es das Game an sich zulässt. WoW hatte ja ein paar Regeln, dass Add-ons nicht einfach so ohne irgendwas weiteres was kosten dürfen. Irgendwas war da zumindest, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, sonst kannst du dir immer in die Kommentare schreiben. Ansonsten habe ich kein Problem davon oder damit, dass man solche Add-ons wie Rested XP, TSM und so weiter, dass man da bezahlen kann. Ich persönlich verstehe es nicht, warum man sich sowas kaufen würde. Also ich hätte mir nicht mal in Classic wäre ich draufgekommen, dass ich mir sowas kaufe. Vielleicht ist es halt einfach, weil ich das Game in- und auswendig kenne, aber für mich ergibt das meistens keinen Sinn, sagen wir es so. Aber für die Leute, die es unbedingt haben wollen, warum nicht? TSM ist sicher für jemanden, der halt extrem viel im Gold-Making drinnen ist, ganz, ganz nice zu haben. Ansonsten habe ich da ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht wirklich viele Probleme damit. Fuchswelbe, danke. Hey, Hoshyami, ich bin nur eine stille Lurkerin in deinem Stream, aber wollte dir trotzdem einmal für deine super hilfreichen Guides danken. Du machst einen mega guten Content und es macht einfach Spaß, dir zuzuschauen und finde deine Stimme mega geil. Dankeschön. Was ist dieses Miau? Vielen, vielen lieben Dank. So, wo wollte ich eigentlich hin? Achso, ich wollte nach draußen. Vielen, vielen Dank für die Briefe. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Themen, was auch immer, könnt ihr jetzt halt einen Brief hierhin einfach an die Community schicken. So, wir haben für Patch 10.1.5 wieder zahlreiche Neuerungen und manche dabei haben viele schon lange, lange, lange drauf gewartet. Ähm, Nummer 1 und zwar, wann kommt der Patch? Wissen wir nachher vorne. Es gibt noch kein Release-Datum. Ich wäre überrascht, wenn es nicht der 28. Juni wäre. Gehe immer noch stark davon aus, dass es am 28. erscheint und wir entweder heute, wenn ich gerade das Video recorde oder nächste Woche noch einen Termin dafür kriegen. Aber, ziemlich, ziemlich sicher, der 8. und zwar Ansichtste. Ähm, was ist da drinnen und was kam jetzt neu? Und zwar etwas, worauf schon so viele Leute lange gewartet haben. Der Siege of Warcreamer Skip. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr den guten Garrosh mal gelegt habt in einem der Schwierigkeitsgrade, dann könnt ihr in Zukunft ganz, ganz einfach direkt zu ihm durchskippen. Äh, das heißt, ich glaube, man kann bis ganz nach vorne skippen. Ich glaube, ein bisschen was muss man immer noch machen. Wenn ich mich nicht täusche, kommt man, kommt man nicht dahin, wo die Klaxi sind, sondern in den Raum davor. Das heißt, da sind ja noch Schätze und links der Boss. Ich glaube, die zwei oder die drei muss man machen, dann Klaxi und dann, glaube ich, kann man zu ihm. Das heißt, man kann einen Großteil des Dungeons in Zukunft einfach skippen. Für alle von euch, die vielleicht die Schultern farmen vom lieben Garrosh oder auch das Mount ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich würde mal sagen, für jemanden, der exzessiv die Schultern farmt, der hat wahrscheinlich irgendwie Dungeon-Skips auf irgendeinem zweiten Account oder sonst irgendwas. Oder mit einem Freund zusammen. Aber für alle anderen ist es natürlich sehr, sehr nice. Gerade auch für mich. Ich habe zwar schon den Großteil vom T-Mog aus dem Raid, aber ein paar so doppelte IDs, die ich mir farmen will und so, will ich natürlich auch noch haben. Und wenn ich dann nur die hinteren Bosse brauche, ist es natürlich nice, weil man sich direkt ganz nach hinten teleportieren kann. Das ist aber noch nicht gewesen mit alten Raid- und T-Mog-Anpassungen, denn es ist noch was sehr cooles. Und zwar die Drop-Rate wurde erhöht für BOEs aus den alten Raids. Wenn er also zum Beispiel, ich meine, beste Beispiel ist eigentlich Grabmal und Anthorus, denn dort gibt es in beiden Versionen von den Raids Teile, die zu den Sets gehören, die aber nur vom Trash fallen gelassen werden. Und die Drop-Rate ist ein bisschen sehr niedrig teilweise für diese Dinger. Da kannst du schon irgendwie 10, 20 Mal reingehen, um das zu ziehen, was du da eigentlich haben willst vom Trash. Deswegen sehr, sehr nice. Wenn man also in Zukunft als Offset vom Varyset zum Beispiel in Anthorus die Hose haben will, kommt man vielleicht ein bisschen schneller ran. Natürlich immer noch ein bisschen mit Glück verbunden, aber im Großen und Ganzen kommt man halt einfach schneller an diese Sachen ran, was natürlich ein großer Pluspunkt ist für viele. Inklusive auch für mich. Mir fehlen auch noch viele BOEs von diesen Dingern und da finde ich es natürlich sehr, sehr nice, weil ich farme auch gerade Anthorus zum Beispiel so Priesterhandschuhe und Druiden vom Set, glaube ich, die Armschiene oder Kürze. Irgendwas droppt auch nur irgendwie als Trash-Drop. Da ist es natürlich dann sehr, sehr geil, wenn man nicht mehr ganz so lange dafür farben will. Und deswegen sind da sehr, sehr viele Leute extrem hyped. Jetzt kommen wir zum Top-Hype-Thema überhaupt und da würde mich eure Meinung interessieren. Und zwar wissen wir jetzt, was diese Quantum-Items sind. Und das sind nicht nur die Items für Transmog, sondern es gibt auch ein Quantum-Mount. Und jetzt wird es richtig interessant. Denn das Quantum-Mount ist die Belohnung für den Hard-Mode im neuen Mega-Dungeon, der kommt. Es kommt ja wieder so ein großer Dungeon, sowas wie Karasan, Mechagon und so weiter. Und da gab es hier immer diese Hard-Mode-Mounts. Da gab es hier zum Beispiel in Karasan hier war mal ein Glimmertand-Glutwirm und so weiter. Und das neue Mount, das es gibt aus dem Hard-Mode, das ist ein Quantum-Device. Und wenn man das benutzt, dann kriegt man eines der fehlenden Mounts aus vergangenen Expansions, die man noch braucht. Wie cool ist das denn, oder? Wie cool ist das denn? Das heißt, kannst du einfach Gamba machen und kriegst eventuell eins der Reittiere, die dir halt noch fehlen. Jetzt ist meine Frage aber noch. Also erstens natürlich eure Meinung. Was haltet ihr von dem Ganzen? Das heißt, man kann in Zukunft den Hard-Mode da drinnen machen oder hat zumindest dann immer die Chance, dass man da einen Mount kriegt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es immer garantiert wäre, die 100%. Dann kann man da halt mehr oder weniger die ganzen alten Reittiere damit auch nochmal ein bisschen zusammenfarmen und gibt natürlich nochmal ein bisschen Anreiz. Einerseits wäre es OP, wenn man es zu 100% kriegt. Andererseits kommt es darauf an, wie schwer der Hard-Mode ist. Wenn der Hard-Mode sowas ist wie ein Mechagon, der ein bisschen schwerer zu managen ist, mit dem Code eingeben und so weiter, dann wäre es wieder für mich ein bisschen gerechtfertigter. Wenn es jetzt aber sowas ist, wo ich sage, da stompt jede Gruppe einfach komplett drüber, dann stellt sich ja die Frage, warum gehe ich dann noch die alten Raids ablaufen, um da die Amounts abzufarmen, wenn ich doch einfach den Hard-Mode dort machen könnte und dann kann ich mir da die Dinger abholen. Das ist ein bisschen schwierig, das Ganze zu balancen oder vielleicht ist es auch gar nicht 100%, vielleicht ist es auch nur ein Random-Drop und doch nicht für den Hard-Mode. Das wissen wir momentan noch nicht zu 100%. Aber sehr, sehr interessant, was sie damit auf jeden Fall vorhaben und eines bin ich noch sehr, sehr gespannt. Es sind nur Mounts, die halt von vergangenen Expansions sind und die auch noch in-game droppen können. Also ist es jetzt nicht sowas drinnen, wie Spektral-Tiger oder Gladiatoren, Reittiere oder sonst irgendwas. Jetzt ist nur meine Frage, wie man sieht, bin ich schon ziemlich done mit den Reittieren. Ich meine, das Seepferdchen ist auf jedem Charm einzeln. Skorpione ist ein Handelsbosten und den Roben machen wir jetzt dann in Kürze. Den habe ich noch nicht angefangen zu farmen und den habe ich fast fertig. Das heißt, ich habe fast wieder 100% Mounts. Was passiert, wenn ich diese Seite use? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob es da irgendwie einfach kommt, dass ich schon alle Reittiere habe oder ob es dann bei mir wirklich bugt und ich auf einmal keine Ahnung, was für ein Omega-Rares-Reittier kriege oder so. Ihr wisst eh, Blizzard und Bugs, da sind immer wilde Dinge möglich. Deswegen müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ich dann wieder alle Reittiere habe, was da bei dem Ding dann schlussendlich rauskommen kann, da wäre ich echt sehr, sehr gespannt. Wenn auf einmal, keine Ahnung, so diese, überhaupt so dieser Robo-Schreiter drinnen ist, den irgendwie nur ein Spieler damals hatte, so der aus Versehen zugeteilt wurde und so. Oder Kiraipanzer-Drohne oder sowas. Das wäre sehr, sehr wild. Glaub ich nicht, aber wäre einfach nur witzig auszuprobieren. So, nächstes Thema. Thema für den, wir bleiben noch ganz kurz für 10.1.5. Und zwar in 10.1.5 gibt es nämlich auch eine neue Belohnung aus den Dungeons selber. Also aus dem Mega-Dungeon gibt es eine Belohnung, und zwar die Drachen-Cosmetics. Und zwar sind es Drachen-Cosmetics für den Infinite, also für den Zeit verlorenen Drachenschwarm, mehr oder weniger. Wer gerade nicht weiß, was man sich darunter vorstellen kann, haben wir hier Dungeons, Kataklesen, und dann haben wir zum Beispiel die Endzeit, und da seht ihr Murosont. Da sind immer die Zeit verlorenen Drachen, die sind immer so hellblau, weißlich, schwarz-grau. Und diese Skins gibt es dann zu ziehen, aus dem Mega-Dungeon. Das heißt, für euren Protodrachen, für euren... Wo sehen sie? Da, für die Drachen. Sie sehen richtig cool aus. Also No-Jocks sind richtig cool aus. So mit komplett den weißen Haaren und den glühenden Zähnen und so weiter. Gibt es für all diese Drachen dann auch eine zeitverlorene Variante, was ich sehr, sehr schick finde. Auch wenn mir immer noch der Raid-Skin, den ich letztens erlackt habe, für den Hochland-Drachen, bei weitem mehr gefällt, aber ist sehr cool, dass sie da immer mehr und mehr so Staff einfügen, dass man die Drachen da immer weiter kustomisieren kann. Zudem gibt es auch noch... Also es sieht so aus, Story-mäßig, wir wissen es noch nicht, weil sie die Story natürlich unter Verschluss halten und wir es erst am Live-Server dann wieder komplett sehen. Im Dungeon sehr Story-heavy, aber wie schon andere, die ihn getestet haben, gesagt haben, da fehlt irgendwo Dialog dann zwischendrin. Gerade mit Absicht, dass wir das erst am Live-Server sehen und eventuell eine Card sehen. Und da drinnen droppt auch Gia. Und zwar ist es das Gia ebenfalls wieder vom zeitverlorenen Drachenschwarm. Und zwar ist es das Set zum Beispiel und zwar in einer zeitverlorenen Variante. Also wieder so schwarz und dann so komplett grell-weiß-blaue Highlights und so. Sehr, sehr cool. Gerade wenn die Sets eigentlich relativ hübsch sind von den Dinger. Vielleicht nicht unbedingt der Kopf, aber der Rest ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, da gibt es dann ebenfalls wieder sowas zu holen. Es gibt außerdem einen Tabat und nochmal so Schultern von einem der anderen Drachenschwärme, die noch fehlen. Ich glaube, in 10.2 soll dann überhaupt der grüne Drachenschwarm, weil da wurde schon mal der Tabat und so weiter gedatet meinen drinnen sein. Ich wäre sehr hyped, wenn es einen für den zeitverlorenen Drachenschwarm gibt. So ein Tabat mit so weiß-hell-blauen Leuchtespuren drinnen. Feiere ich über sowas. Deswegen mal schauen, ob sie sowas eventuell auch noch einfügen. Aber das auf jeden Fall schon mal zu 10.1.5. Sehr, sehr coole Sachen, was da mit drinnen sind bisher. Ein einziges cooles Ding haben wir noch, was jetzt auch noch aufkam. Das wird wahrscheinlich die ein oder anderen Krieger, Paladine oder Todesritter sehr, sehr freuen. Und zwar, der ein oder andere, wer weiß, was Gore-Hole ist, das ist ja die Axt, die eigentlich hätte ein Legendary werden sollen im Laufe von Warlords of Draenor. Ist ja dann keins geworden und kommt jetzt mehr oder weniger als Waffe wieder zurück. Und zwar nicht als Legendary, sondern als normale Waffe. Das heißt, der Transmog von dieser Waffe, der ist in Zukunft auch verfügbar. Haben wir da gerade einen NPC, der sie anhat irgendwo? Mir fällt gerade spontan niemand ein. Ich meine, Grom hat es an. Maybe kann ich, maybe hat er das hier im Anschlag? Das dürfte er normalerweise nicht im Anschlag haben, glaube ich. Wir können mal ganz kurz schauen, ob ich ihn hier vielleicht, warte, ich suche den jetzt extra raus. Ob er da vielleicht die Waffe im Anschlag hat, damit ich die da zeigen kann. Wenn wir ihn nach Grom einmal suchen. Lädt ein bisschen. Gromli. Wer ist Gromli, Alter? Oh, da war die Axt gerade. Bei Murloc. Jetzt habe ich ihn verloren. Nein. Gromlok. Gromlok. Da ist er. Das war nicht meine gerade, aber man sieht die Axt in klein. Es ist nicht die originale Axt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will gerade. Die Axt in riesengroß gibt es halt. Sieht ein bisschen aus wie Blutschra aus Karasa, nur mit bei weitem mehr Details und so weiter. Also wirklich eigentlich eine sehr, sehr coole Waffe. Und die ist natürlich cool zu sehen, dass es das jetzt halt als Transmog dann in Zukunft auch abholen, zu abholen, zum abholen gibt. Nochmal zurück zu den Quantumsachen. Es gibt ja das Quantum Mount, es gibt auch die Quantum T-Mog-Teile. Da haben wir ja auch bereits darüber geredet. Letzte Folge. Und zwar, jetzt da wir wissen, was mit dem Mount passiert, können wir uns auch vorstellen, was die Waffen sind. Das heißt, die Waffen werden ebenfalls, wir sind einfach einen Random Skin kriegen, von irgendeinem Item von vergangenen Expansions. Sehr cool. Vor allem für jemanden mich, der alles collectet, da mir wirklich nur noch sehr, sehr wenig fehlt. Und da habe ich natürlich eine sehr, sehr hohe Chance dann, die Items zu ziehen, die wirklich selten teuer sind. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das mit den Dingern dann aussehen wird. So, jetzt haben wir noch was. Und zwar, zuallererst positives Thema noch, bevor wir zu dem Thema kommen, das momentan gerade sehr, sehr viele Amitriggern ist. Das positive Thema erstmal, ist, dass wir einen EP-Buff am Start haben. Wer das noch gar nicht mitbekommen hat, sagen wir dem kurz die Hand ab, wer das noch gar nicht mitbekommen hat, seit dem 15., also jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, bis zum 11. Juli, haben wir einen 50% Erfahrungs- und Ruf-Buff für alles. Egal, was ihr machen wollt, Charaktere-Leveln von 1 bis 70, Ruf-Fraktionen-Farmen, die ihr bisher noch nicht hattet, jetzt ist die beste Möglichkeit, dazu, 50% mehr Ruf, 50% mehr Erfahrung, außer für die neue Fraktion, in der Zaraleck-Kaverne, was jetzt nicht so tragisch ist, weil die geht eigentlich relativ fix, könnt ihr jetzt alles ganz schnell, nach oben fahren. Also definitiv worth, wir haben außerdem gerade, Mists of Banderia Time Walking, das heißt, da gibt es nochmal, den 50% Buff dazu, gerade, MOP-Fraktionen, sehr, sehr worth, wenn man die jetzt, nach oben boosten will, oder vielleicht mit dem, einen oder anderen Char boosten will. Eigentlich werden das dann 100 plus 100%, durch den, wenn man schon mit Chars ehrfürchtig ist, wie zum Beispiel bei Himmels, wie heißen sie nochmal, keine Ahnung, bei den Mists of Banderia Fraktionen, ist ja, wenn du einmal respektvoll bist, kriegst du ja 100% Ruf für die Twinks und so, wenn er fast 200% Ruf für meinen Twinks, dann noch irgendwie hochfarben will. Das wäre vielleicht auch nochmal, eine Überlegung wert. Wenn ich so nebenbei, gerade drüber nachdenke. Deswegen, lasst es nett an euch vorbeigehen. EP-Buff, richtig, richtig huge. Ich werde wahrscheinlich noch, den ein oder anderen Char, jetzt von Level 60 auf 70 ziehen, weil ich habe jetzt so gut, wie alles auf Level 60, und da werde ich jetzt, die ein oder anderen Chars dann, finally mal fertig toppen. Der macht hier gerade, die Story Quest von Dragonflight. Und werde ich schauen natürlich, dass wir das alles mal ein bisschen vorankriegen. Das also zumal zu dem positiven Thema, jetzt zu dem negativen Thema, oder zu dem Thema, das eigentlich auch ein bisschen ausgeglichen ist, würde ich sagen, von Community Feedback her. Und zwar, wir wissen noch nett, ob es stimmt. Das schon mal vorher hinweg. Es soll nur eine Diskussion angeregt werden, zu sowas. Ihr kennt ja den Handelsbosten. Handelsbosten, habt ihr hier das Reisetagbuch. Ihr füllt das Ding auf, durch was für Aktionen und auch immer. Ich muss sagen, ich habe noch einmal hier reingeschaut, ich spiele einfach, und das füllt sich von alleine immer auf. Kriegt dann diese Devisen und damit könnt ihr dann beim Handelsbosten Items kaufen. Kriegt außerdem immer den Monthly Reward irgendeinen Mount. Jetzt sind aber Datei oder Bilder aufgetaucht. Diese Bilder sind für den Shop gemacht. Also es sind keine Bilder, die jetzt irgendwo fürs Interface oder sonst irgendwas gemacht sein werden, sondern eher, oder wie soll man sagen, anhand von der Art und Weise, wie sie gemacht sind, sieht es aus, als wäre es irgendwas für den Shop oder für irgendeine Art Interface. Sei es jetzt im Battle.net, wenn du jetzt, keine Ahnung, kaufen, Abonnement für WoW und dann kriegst du halt mehr Händler-Devisen oder so irgendwas, je nach Abonnement-Höhe oder so. Haben sie so irgendwas hinzugefügt mit den verschiedenen Höhen von den Händler-Devisen, irgendwie 100, 250, 500, 1000 und so weiter. Da ist jetzt die Frage, was sie jetzt schlussendlich damit vorhaben, denn da sind natürlich jetzt alle wieder sehr wild gerade. Warte, was war das? Achso, das war das hier. Da sind natürlich jetzt alle wieder sehr wild gerade, weil, ja, einerseits muss ich sagen, also was ist meine Meinung dazu? Einerseits muss ich sagen, finde ich, bin ich immer ein bisschen enttäuscht, jeden Monat, wenn ich in den Handelsbosten schaue und da coole Items drinnen sind und ich bin da so in dem Collection-Ding drin, ich nehme da halt prinzipiell immer Mounds und Pets und eigentlich nie irgendwie so T-Mog, der mir gefällt, bis auf die Kapuzen, die nehme ich jedes Mal. Warte, wo sie waren? Bis auf die Kapuzen, die nehme ich einfach jedes Mal, die feiere ich mega hier. Diese ganzen Ding-Kapuzen hier, die mag ich mega mit dem Oberhang zusammen. Und ansonsten kann ich mir da halt nicht alles kaufen, auch wenn manche Sachen sehr cool sind, die da drinnen sind. Und jetzt ist halt die Frage, macht es das Ganze kaputt, wenn man diese Coins halt kaufen kann im Shop oder soll es weiterhin so bleiben, dass man halt immer nur einen gewissen Part davon holen kann? Ist eine schwierige Frage, sagen wir es so. Für mich persönlich, ich hatte eigentlich am Anfang gedacht, das ist sowas, wo ich drauf, mehr oder, wie soll ich das sagen? Ich dachte, das ist ein System, als wir es noch nicht gesehen haben, wo ich einfach Aktivitäten habe, die ich einfach machen kann und quasi, ja, jetzt gehe ich halt Transmog farmen und lege halt irgendwie alte Bosse und dann habe ich irgendwie so ein Event wie beim Spezial und dann schließe ich halt hier irgendwas ab, wie zum Beispiel G-Moldencore clearen, geh dahin, so dass man mal den alten Content wieder macht. Das hätte ich mega gefeiert. Es sind zwar manche so Sachen drinnen, aber wie gesagt, ich habe hier noch nie reingeschaut wirklich und durchgelesen, was man hier genau macht, sondern ich logge am Mittwoch ein, dann mache ich so meinen Weekly Content und auf einmal ist das Ding schon abgeschlossen, obwohl ich noch nicht mal irgendwie realisiert habe, was ich dafür jetzt genau gemacht habe oder machen sollte. Das finde ich halt wie gesagt sehr, sehr schade und würde mir wünschen, dass man da mehr holen könnte, einfach indem man Aktivitäten macht, die man halt gerne machen möchte. Jetzt ist aber die andere Seite von der Münze mehr oder weniger und warum sie es überhaupt nicht gemacht haben, dass man da mehr holen kann, ist, weil Leute dann immer dieses Ding haben, dass sie glauben, sie müssen Content spielen, auf den sie keinen Bock haben, um irgendwas zu holen, was sie gerade haben möchten. Deswegen haben sie es ja nicht gemacht, wo du dann sagst, da sind ja dann zum Beispiel so BVP-Ding drin, ich muss BGs gewinnen, gar keinen Bock oder vielleicht muss Raiden gehen, nein, ich will aber nicht Raiden gehen und so weiter, will aber noch Münzen. Ich hätte es trotzdem mehr gefeiert, wenn sie es so gemacht haben, ich verstehe aber auch die andere Seite, warum sie es nicht getan haben, würde aber trotzdem jetzt mehr feiern, wenn sie es halt so machen würden, dass man mehr Münzen in Gamer spielen kann und es nicht unbedingt kaufen kann, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett dagegen bin, also ich habe jetzt nicht irgendwie so, oh, na, schon böse oder sonst irgendwas, ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen latten, aber ja, spielerischer Spielen wäre sicher nochmal ein bisschen die coolere Variante, würde ich sagen, aber lasst mich mal eure Meinung wissen, könnt ihr wie immer gerne unten einfach in die Kommentare reinschreiben, dann können wir uns da nochmal nebenbei vielleicht ein bisschen ein Bild davon machen, was ihr so davon haltet. Haben wir sonst eigentlich alles durch von den Dingen, die ich unbedingt ansprechen wollte? Ich glaube, da haben wir eigentlich alles durch, ja, ja, da haben wir eigentlich alles durch. Zu den Quantum Waffen nochmal, ich bin echt gespannt, was da jetzt alles drinnen sein kann, ob bei den Quantum Waffen jeder Gegenstand drinnen sein kann, denn, dann würde ich nämlich jetzt nochmal richtig Teamwork farmen, bevor der Patch hittet, warum, beziehungsweise auch im AHA ziemlich viel aufkaufen, selbst für sehr viel Gold, warum, weil ich dann halt Gegenstände herstellen kann, die ich noch gar nicht habe und die halt im AHA dementsprechend viel kosten würden, weil es halt sehr seltene Sachen sind. Wir sehen schon, ich habe das jetzt mein Stoffi-Stuff, also ich bin bei Platte und Zweihandsachen und so weiter, bin ich so viel weiter, Stoffi bin ich sehr weit hinten, gerade mit Stäben und so auch, wie man sieht, sehr weit ist es mal relativ 170 und das sind auch ziemlich viele, die sehr easy zu kriegen sind, wo ich bisher einfach nur zu faul war, die zu holen und dann würde ich die halt alle auffüllen, das ist wie der Stab hier, der jedes Mal droppt in der Veluettenfest und beim Endboss, dass mir der fehlt, das ist einfach von, ne, das ist sogar von dem neuen Berufe-Ding wieder, nevermind, ich dachte gerade, das ist der von der Ding-Quest-Reihe, von Arena-Quest-Reihe, nah, gerade, aber nächstes Trotz, dann würde ich halt einfach nochmal so viele wie möglich auffüllen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann man bei diesen Quantum-Items nicht nur Items ziehen, die einem auf der Klasse fehlen, auf der man sie zieht, also zum Beispiel auf Paladin, sondern man kann anscheinend dann auch irgendwie so einen Stab oder so irgendwas anlocken, deswegen wäre das vielleicht nochmal worth, da richtig rein zu grinden und eventuell das ein oder andere richtige dicke T-Mog dann damit abzustorben, mich wundert es, dass ich den Stab nicht habe, weil ich habe mir den legit damals geholt, oder? Oder war das ein anderer? Ah, ne, das ist Höllschreißhand, okay, ne, ich dachte gerade, das ist der, der Random-Drop, weil den, den ich Random-Drop, den hatte ich legit im Kataklysm, dann, dann my bad, dann habe ich mich da gerade vertan, wir haben auch wieder Skill-Punkt, oh mein Gott, auch schon wieder komplett von Brain-Lag, gerade wir nehmen tatsächlich einfach mal Skism, für ein bisschen mehr Damage-Output und nehmen dann, ich glaube, wir nehmen den Double-Execute gerade einfach, weil den Heal bauen wir jetzt am Anfang eh nicht so wirklich, heilen werden wir noch ein bisschen, werden wir sehen, wenn wir nochmal ein Dungeon machen und dann werden wir uns mal mit Shadow, glaube ich, ein bisschen austoben, wobei ich, wie gesagt, ich gehe das Let's Play diesmal ein bisschen chilliger, jetzt haben wir ja gerade EP-Buff ist gerade ein bisschen an, Lucky, weil der Level mal passiv so schnell, aber ich schaue halt, dass ich nebenbei einfach so Sachen mache, wie, ja, ein bisschen so T-Mocks darf auffüllen und einfach über aktuelle Themen reden, wie ich es halt sonst auch immer mache in den Let's Base und ein bisschen so mehr in den Podcast-Vibe reingehen, finde ich einfach ein bisschen chilliger, als wenn wir da wieder, ja, keine Ahnung, so komplett durchrushen, dann auch, wenn wir, wie gesagt, jetzt sehr viel Level plus machen werden, wahrscheinlich die nächsten paar Folgen, auch wenn ich nur eine Folge pro Woche eigentlich recorde, aber das geht halt dann trotzdem recht schnell voran, gerade wenn irgendwie so eine halbe Stunde durchlevelst, ich glaube, wir haben jetzt schon, wo haben wir angefangen, 15 oder 14, haben wir nicht jetzt schon zwei oder drei Level gemacht und da, obwohl ich jetzt nicht mal versuche, irgendwie gerade schnell zu leveln oder so, sondern einfach nur so vor mich hin, brainlege gerade nebenbei, währenddessen ich über irgendwelche Random-Themen rede, aber ja, das nur dazu, ich bin halt wirklich echt gespannt auf diese Quantum-Dinger, ist auf jeden Fall ein cooler Weg, den sie jetzt einschlagen und noch ein Thema, das habe ich noch ganz vergessen, stimmt, wir hatten ja noch was für Patch 10.1.5 und zwar, es ist ein neues World-Event drinnen oder zwei Sachen, in Patch 10.1.5 sind die ersten Dinger drinnen, sie haben ja schon in vorigen Patches, in diesem Overview gezeigt, dass sie vorhaben, die Welt-Events in WoW zu bearbeiten, finde ich sehr cool, was sind Welt-Events, sowas wie das Nachtschrecken-Event, Weihnachten und Sonnenwendefest und keine Ahnung was, die fangen sie an, dass sie sie nach und nach aufbohren, neue Rewards, bessere Encounter und so weiter und wir haben schon einmal halt die Halloween-Sachen jetzt mit drinnen, das heißt, Halloween wird wahrscheinlich das erste Event sein, wo es dann stattfindet, was halt aufgebohrt wurde, Brauerfest haben sie ja schon ein bisschen aufgebohrt, aber da geht auch noch mehr, gerade Encounter-technisch, könnten sie den Event-Boss ein bisschen aufbohren und vielleicht andere Drops und so weiter hinzufügen, was der vielleicht mit haben könnte, beim Nachtschrecken-Event haben wir zum Beispiel eine neue Map gedatet am ein, das heißt, die Kloster-Map, glaube ich, wird ein bisschen aufgebohrt oder überarbeitet, zumindest verändert und der Encounter wird dort angepasst, wir haben schon ein neues Besen-Mount mit dabei, das heißt, der Besen kann eventuell in Zukunft dort auch als Mount droppen, nicht ganz sicher aber, vielleicht ist der Besen auch wieder einfach nur für diese beschränkte Zeit, wo man ihn dann halt benutzen kann, kann genauso sein, dass man ihn halt da in einer schöneren Variante wieder kriegt, zumindest hat er jetzt so einen richtig schönen Sattel und so, es darf alles drauf, also richtig schön ausgebaut und ein bisschen in der aktuelleren Version übernommen, auch wenn die Besen schon mal, glaube ich, überarbeitet wurden, die sahen eh nicht mehr so bad aus, aber vielleicht gibt es noch das Besen-Mount in einer anderen Art und Weise oder vielleicht hat es gar nichts mit dem Event zu tun und es ist vielleicht dann im Handelsbosten oder so irgendwas drinnen. Alles in allem, sehr, sehr cool, gerade mit dem Besen, wo du immer instant aufmauten kannst, zu Halloween ist natürlich immer sehr, sehr praktisch. Da ist es halt immer sehr nice. Dann, wie gesagt, es ist ein neues Event drin, also ein Event, das wir noch gar nicht kennen und zwar hat dieses Event irgendwie mit so der Vergangenheit von Azeroth zu tun, es hört sich so ein bisschen an, so fast irgendwie archäologisch, also wo man sich auf der Suche macht nach irgendwelchen Dingen und so weiter und da gibt es auch mehrere Mounts abzuholen, ich glaube irgendwie vier Stück sind jetzt allesamt nur Recolor Mounts, da gibt es zum Beispiel so ein, äh, das, wie heißt es nochmal, äh, wie heißt es nochmal, Molly, wie sowas hier, wie das Alpaka, äh, wo man sich halt, äh, ja, nochmal die Recolor Variante holen kann und da ist auch noch drei irgendwie andere Mounts mit dabei. Bin sehr gespannt, was das Event genau ist, es ist irgendwann, glaube ich, im Juli oder August, ich glaube August war es, wo dieses Event dann zum ersten Mal stattfindet, also ich bin gespannt, was das ist, weil das ist halt gar nicht zum Testen und das kommt halt dann wahrscheinlich einfach so spontan live. Finde ich immer noch cool, äh, dass wir nicht mehr alles so ausgiebig testen bis zum Anschlag, sondern dass Sachen halt einfach intern von ihnen getestet werden, hoffentlich dann auch funktionieren logischerweise, aber, äh, intern getestet werden und dann halt auf dem Live-Server gepusht werden. Ist bei Weitem cooler und gerade wenn es ein Event ist, wäre es halt wieder mal cool zu sehen, äh, dass es halt ein Event ist, das sich gut einfügt und dann auch permanent mit dabei ist, denn momentan haben wir schon recht lange Downtime zwischen den Events und es wäre cool, wenn man sich immer auf irgendwas freuen kann halt, wo du sagst, es ist halt immer irgendwie so ein World-Event wie Sonnen-Event-Fest oder sonst irgendwas rund um das Jahr verteilt, wo man halt immer irgendwie sagt, oh, jetzt würde ich halt schon nochmal gern einloggen, weil da ist ja gerade das Event am Start und so weiter und das würde ich halt schon nochmal gern irgendwie den einen oder anderen Reward gerade mir rein snacken und ja, wie gesagt, da hoffe ich sehr, sehr stark, dass sie das halt in Zukunft dann, ja, weiterhin einbauen werden und nicht nur bei dem einen Event bleiben werden, denn es steht ja schon dabei, dass auch bei den weiteren Patches bei dieser Overview stand ja dabei, dass sie da weiterhin die ganzen World-Events überarbeiten und natürlich dementsprechend dann auch die Rewards und so weiter auch anpassen werden. Jetzt noch gespannt, was dann natürlich auch mit Patch 10.1.7 passiert. Das ist ja der nächste, der übernächste Patch, der dann kommen wird und gerade weil sich 10.1.5 langsam am BTR so dem Ende zuneigt und halt dann so ein Live gehen wird, wird natürlich auch gleich Patch 10.1.7 wieder auf dem BTR hätten und ich bin halt gespannt, ob sie es da endlich dann zeigen, was sie halt vorhaben mit diesen Waffen, mit diesen Klassenwaffen. Wir haben ja schon gesehen, ich meine, wir haben schon die Bestätigung, dass irgendwann die Brawler-Skill wieder zurückkommt, das ist halt hier die Schläger-Arena, wo man da hinten halt reingehen kann und so Bosse und so weiter hatte. Wir hatten aber schon ein Datamind und zwar halt mehr oder weniger als 36 oder 38 jetzt mit Evoker, verschiedene Waffen oder 39 Thun mit Evoker mit der dritten Spezialisierung, verschiedene Waffen für jede Speck im Game. Das heißt, wie schon bei Mage Tower, wieder so Waffen, die für jede einzelne Speck im Game gemacht wurden und die wurden schon mit 10.1 gedarter meint, haben aber bisher noch nicht Einzug ins Spiel gefunden. Deswegen ein bisschen gespannt, was das genau wird, wofür die der Reward sind. Genauso, es gibt ja auch, haben wir auch schon ein paar Mal geredet im Let's Play, es gibt ja auch Rassenwaffen, das heißt zum Beispiel für Trolle, also Dunkelsperr-Themes da für lichtgeschmiedete Trainer ist was darf und so. Ob das eher so Handelsposten-Sachen sind, die wir da gedatet meint wurden, ich meine die Speck-spezifischen Waffen sicher nicht, aber die Rassen-spezifischen maybe. Oder ob das alles für irgendwelche Events ist oder In-Game-Sachen für weiß Gott was. Bin ich da sehr gespannt, was sie damit vorhaben. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwie der Brawler-Skill drinnen wäre, dass es wieder zu zeitlich limitiert. Reward ist für die Brawler-Skill und dass die Brawler-Skill dieses Mal auf fixe Item-Level skaliert werden. Was ich schade finde immer bei der Brawler-Skill ist, dass man es einfach irgendwann so derbe outgiert, dass halt alle Mechaniken komplett egal sind und du einfach nur drüber stormst. Ist natürlich wieder nice für Spieler, die netzspielerisch sehr gut sind, weil sie dann im späteren Verlauf halt irgendwie rankommen, so wie es halt bei Mage Tower war. Da war ja auch am Anfang für alle eigentlich zu schwer, irgendwas zu schaffen. Und dann ganz am Ende mit Antorus und so weiter sind ja die Leute komplett drüber gefahren. Da habe ich es dann auch nochmal probiert gehabt. War halt, muss es keine Mechaniken mehr spielen. Ich glaube, mit El-Shammy und mit Vari und so weiter nochmal alles gemacht, just so fun. War halt einfach irgendwie alles in 30 Sekunden vorbeigefühlt. Deswegen, ich hoffe, dass wenn sie das machen, dann, dass es in der Brawler-Skill irgendwie ist. Und dass in der Brawler-Skill, erstens, dass sie es drinnen mal überarbeiten, weil das sieht ja auch schon schrecklich aus. Und zweitens, dass das immer aufs Item-Level angepasst wurde, sodass die Encounter immer gleich schwer sind und man sich halt einfach die Mühe machen muss, die Mechaniken zu lernen und halt diese Encounter mehr oder weniger auszuspielen. Wäre cool, wenn es überhaupt klassenspezifische Encounter sind. Also wo du sagst, es ist halt für jede Klasse halt ein eigener Encounter, sodass die Klassenmechaniken ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Dass man also Base-Mechaniken halt benutzen muss, wie irgendwie Heroic Leap oder Teleport vom Hexenmeister oder vielleicht ein Kick oder ein CC oder sonst irgendwas. Das würde ich halt gerne sehen, weil es sich halt einfach nur ein bisschen schöner einfügt in das Ganze und dann irgendwie ja zeigt halt, dass man halt mit der Klasse ein bisschen besser klarkommt und so. Solche Rewards finde ich immer ganz cool. Habe mir auch, wie gesagt, bei Maze-Show sehr, sehr gut gefallen, dass man da halt gerade mit den Klasse-Mechaniken wie zum Beispiel das Monk denkt, das mit den Ports setzen kann. Wenn ich genockt werde, den kann ich nochmal zurückporten und so weiter. Das war schon irgendwie cool zu sehen, dass das halt in dem Sinne genauso funktioniert. So, wir haben nochmal einen Skill-Punkt. Nochmal hier auf der linken Seite. Ich meine, Grip brauchen wir nicht wirklich. Ich könnte Holy Novas backen, weil wenn ich ab und zu AOE brauche gerade, wäre das gerade am Anfang nicht so schlecht, glaube ich. Da können wir das hier erstmal nehmen. Will ich das hier haben? Irgendwie will ich das hier haben. Oder hier? Ich glaube, hier machen wir das sehen. Gerade am Anfang wären da so kleine, die so killsten Mob und dann kommt da irgendwie fünf Käfer raus oder so. Dann kannst du ja alle wegbomben. Glaube ich, ist nochmal ein bisschen angenehmer. So, nächstes Mal machen wir hier weiter. Im Brachland sind wir jetzt unterwegs. Da haben wir auch noch, das können wir zu machen, da haben wir auch noch ein paar von den T-Mock-Sachen, die werden wir uns hier allesamt, glaube ich, gönnen. Ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Wenn ihr ein Däumchen nach oben, wenn ihr Fragen habt, gerne immer ab damit unter den Kommentaren oder alternativ, wenn ihr direkt Fragen im Video stellen möchtet, könnt ihr jederzeit auf dem Server Rexha oder Lerian-Charakter stellen und einen Brief an Community-Rexha einmal schicken. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video, dem Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.